Hallo Leute, hier ist wieder der Tyler He, auch bekannt als Jetzt-Typec-Game. Wir machen heute mal, wir verstecken heute mal Steine in Pferden-Sachsenhain und los geht's. Wir suchen jetzt, also wir verstecken jetzt die Steine. Ich mach's nochmal auf. Wir haben noch den Enden. Nee, darf ich mal, ich kann das so machen. Ja, ich halte die und guck mal wieder raufkommen. Hier sieht man nichts. Da guckt der den Wurfrecht an. Wenn man schon hier kommt, dann kann man ihn sehen. Leute, schreibt unten in die Kommentare, welchen Stein ihr gefunden habt. Sagst du noch was? Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ciao.